Weißt du, wenn ich mal Stress hab, erzählt mir meine Mom Witze. Boofs, tu nicht erzählen Witze. Es ist gar nicht schwer. Ich bring's dir bei. Klopf, klopf! Und jetzt sagst du, wer ist da? Du bist da. Nein, du fragst mich. Wer ist da? Und jetzt sag ich, die dazwischenredende Kuh. Und dann sagst du, die dazwischenredende Kuh wer? Lass es uns versuchen. Klopf, klopf! Äh, wer ist da? Die dazwischenredende Kuh. Die dazwischenredende... Du nicht hast gewartet auf meine Antwort. Ich sollte doch sagen, die dazwischenredende... Jetzt bist du das wiedergetan. Oh, das ist daran der Witz.